Mein Bruder! Respekt auf die Straße, mein Bruder! Wir wollen uns alle helfen! Abonntor, Leichtor! Deutschland, Strasbourg, wir sind überall, ok? Ich bin der Stefan aus Graz. Er macht Kampfsport seit elf, zwölf Jahren. Wir haben einen ersten Kampf bei Frontier. Ich freu mich sehr. Jawohl, super. Hast du schon irgendwelche andere Erfahrungen aus anderen Kampfsportlern? Oder hast du immer Kickboxen gemacht? Ja, Erfahrung am Acker und im Ring an Kampf. Ok, stabil. Also Feld, Wald, Wiese. Ihr wisst, was auf euch zukommt. Freuen wir uns auf den Kampf, Mann. Ja, ich bin da. Hallo, ich trainiere drei Jahre alt. Ich mache seit meinem zwanzigem Jahr Kampfsport. Wettkampferfahrung. Mein zweiter Kampf heute hier. Physisch gut trainierter Gegner. Wird auf jeden Fall eine Menge Spaß, wenn wir heute haben. Und ich freu mich drauf. Ich bin gut vorbereitet. Hab diesmal ein bisschen anders gemacht. Bis zum Schluss Sparing gemacht. Bin nur noch ein bisschen passiert. Volle Härte. Keine Kompromisse. Und ich freu mich drauf. Jawohl, wir freuen uns auch noch. Ja, da war der Fighter. Ohhhh. Was kommt jetzt? Du bist auf der Kuline. Du bist auf der Kuline. Ich lasse nur, dass du nackst. Ok, jetzt kommen wir zum Hauptkampf. Extra wieder angereist aus Sachsen. Daniel. Ja, technisch. Feltwald Wiesekämpfer. Hooligan Österreich. Bam. Ok, seid ihr bereit? Und... Foll! Komm, Steff, gehen wir. Hey! 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 Super, super, super! Super, super! Weiter! Gerade hängt sie! Ja! 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 Fick dich! Fertig! Aus! Alles gut, ey! Coach noch! Okay! Sanitärer, komm! Das war's! Wie ihr gesehen habt, ein sehr guter K.O. Das ist ein Champion! Ich weiß nicht, wie er kommt, aber es ist warm. Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Dann befreulich! Komm schon! A, K! 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 Okay, alles klar! K! K! Okay, los geht's! Jawoll! Super, Steph! Super, Steph! Super, Steph! Super, Steph! Super, super, super! Hier, macht mal Applaus nochmal! Jawoll, Respekt, man! Super, weiter! J'ai moins joué là ! Le Grand Cup! Pouche ! Le Grecox! traits Rappel Calling, R selvut Pouche, pouche ! Rio, pousse, pouche ! Il est fatigué, il commence à se fatiguer ! Hoppåてpte! Eine Minute! Eine Minute! Eine Minute noch! Was ist die Liga? Was ist die Liga? Was ist die Liga? Komm! Komm mal, voll Applaus, Mann! 40 Sekunden! Also, ich blöcke mal an Infra! Er kämpft gegen einen Kilo, Mann! 30 Sekunden! Sauber, sauber! Komm, komm, komm! Komm, Aktion! 10 Sekunden! 10 Sekunden! Pusch! Oh, mein Gott! Rack sind fertig! Rack sind fertig! Rack sind fertig! Zeit! Stopp! Los gehts! Fall! Schwop! Jetzt ist der Ball! Schwop! Schwop! Los, los! Schwop! Wir machen den Ball! Jawohl, weiter! Jetzt ist er weg! Jetzt ist er weg! Weiter! Jawohl! 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 Super! Geil aus! Geil aus! Super! Helmut, jetzt geht's schon mal! Hey! Sehr gut! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Nice! Nice! Okay, wir haben wieder ein Gewinnerfrau! Wir haben das! Danke! Der hat Torhjettel! Der hat 2-Chief! Drei Köln! 2-Chief! 2-Chief! Das ist die Lüge, Lüge!